Tschüss! Ja! 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 Achso! Wir von der Seite gut. Oh, der läuft ja super flüssig. Final... Boah, mit... ...bisschener Breaking... Boah! Boah, so kann er bleiben. So, schickst du ein paar in die Mitte? Ich kann ja nicht so richtig, ne? Musst doch mal wieder den Infanteriestart angewöhnen. Warum? Meinst du dein Fahrzeug ist immer so gut? Wieso nicht? Ich kann die doch immer hinhalten damit. So, da hinten sind sie. Bring ihn um. Er wird... Er wird dadurch richtig... ...so sehr irritiert und hat gar keine Chance hier mit dem Mittelpunkt mit anzugreifen. Okay. Theoretisch jedenfalls. Wir verloren! Wir brauchen... ...werden! Ja! Wir brauchen! Wir brauchen... ...werden! Ja! Wir brauchen. Wir brauchen wir. dieser Unterruß ist gar nicht so gut hier Ute Ruß Schade, nicht gereicht Oh, wieso schießt er denn nicht, Mann? Hallo Peter Hallo Jawoll, da hat Horizon Connect gesessen Mann, wirft den scheiß AT-Granater hin, ich verrasse gleich aus hier Oh, der liegt hinterm Samstag, keine Ahnung hat er nicht Was sind denn hier? Bist du, ist ja hier Ja nennst du ein, da Was bei mir könnte? Ciesan Meine Rafe-Grenade ist tot? Natürlich. Feuerunterstützung. Alter, schieß. Feuerunterstützung. Oh, breaking the wall. Okay, die haben Sniper irgendwo Schluss hier Ich habe einen Crusader professioniert und was kommt da hinten? Lack 38, da siehst du kein Count Argument zu sehen da Mann ey, schöne Pannen Oh, Alter Schmeiß weg Befördert Okay, das ist eine Flak 38 Auf meiner Seite Ich habe hier auch eine bei mir Hm Ist aber halb so wild Hey, mein Schlammwerfer ist da Ist er down? Okay Wo? Oh Hol den MG raus Ich wundere, wenn sie irgendwann mal hier einen Flakmwerfer bringen oder so Ich wundere, wenn sie irgendwann mal hier einen Flakmwerfer bringen oder so Ich brauche jetzt hier mal Kommandos Ich wundere, dass er noch so lange nichts gegen meinen Crusader berührt hat Ich stoffe den Haar oben oder so Kannst du kurz dich in die Mitte einschicken? Warte mal Da kommt ne Dings vorne peered Ich brauche gleich ein Valentine Ah, ich komme mal in die Mitte jetzt Ach, das ist nur ne F ist das? Okay Ah Ich bin ein Partnerlekschi bei denen Aufnehmen kann sie es gegen meinen Raider Oh, fuck ey Kommandos hier Die Mitte verloren oder was? Ach, ich komme Bleib ruhig Du bist ein bisschen Sichtkipps, kann ich die Flak 830 wegrollen und Ja, so'n Scheiß hier weggehen Du bist hier Boah, das ist Flak 35 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 Ich muss hier erstmal ein Loch in diesen Scheiß Gebäude springen hier Wenn wir die von innen einnehmen Oh, hier ist der Rest von Blackwatch Kann ich ihn holen? Kann ich ihn holen? Ja, ja Oh, lord Hier geht kein Loch rein, ey Oh, mein Freund Hä? Ach Ach Geht doch Einen hier So, mit der wird gekappt Gut Ich habe Valentine dabei Gut, hier rechts bei mir ist noch ne F Ich habe irgendwo ne PF hier Meinen sind so kleine Flak Okay, einer ist hier zu eng gestiegen Warte mal Ich bolt sie mit einer Tegra nach weg Du Penner Okay So, ich werde mir jetzt gleich mal einen Sherman holen Und dann muss ich mal Blackwatchen Und dann pfuche ich hier rechts weiter Ich halte die Flak gleich aus So, Sherman kommt So, Sherman kommt Flak is down Flak is down Sehr gut Minderlich, ja Ich weiß nicht, was das Blackwatch-MG ist Ist das so der gefahren? Ist das so der gefahren? Oh, der wird wieder von den Deutschen gecapt Scheiße Kann man irgendwo Immunition für die Louis-Gun hier finden? Weiß ich nicht, kein Plan Wo ist da hinten? Park 40 Nee, ne G Lad Lad So, ich kann mich nicht noch mal Ich kann mich nicht mehr Ich kann mich nicht mehr Ich kann mich nicht mehr Oh, fuck, ey. Wie dumm ist denn sowas? Fuck 40, ey. Wo sind die schon wieder meine Piers hin, ey? Versteh ich so nicht. Das war jetzt nicht so pralle. Fuck 40, ey. Hast du geschossen und verloren? Oh, egal. Oh, Mann. Ich krieg ihn aber, glaub ich. Nein, ich seh ihn nicht mehr. Oh. Die Gesicht hier. Oh, lol. Kann ich neben schießen. Komm, fach vorwärts. Was ist denn da alles in der Mitte, ey? Wie eine stationäre Kacke, ey. Ich bin mir erleiden. Ich guck mal eine Orlikon. Hebt die G in der Mitte noch? Ja. Oh, Mann. Keiner neben schiebt. Aber jetzt hat er einen Puck erwischt. Der Puck ist leider... Puh, die haben einen Puck 40 bei mir. Müssen wir aufpassen. Warte mal. Peered. Der ist auch zu weit weg. Vielleicht links ein bisschen Druck machen, oder so? Ja, warte. Mann. Puh. Dech pfeißer. Das ist so ein Deckbäcker. Kommt die F? Hier, laufen, laufen, laufen. Oh, da schießt mal die F ab. Hast du ihn? Hö, oh lol. Hab ich auch gepasst hier. Ah, noch zweimal P jetzt ab, ey. Also, wir holen TNT raus. Die sind ab da, schnell. Er hat TNT geschmissen. Ich lauf weg da. Mann, ey. Wollen wir mal Crumble Hop, bitte? Und bringen gleich einen Kometen in 100 Punkten. Mann. Natürlich bitte, als ich meinen Sherman verloren habe. Mann, ich schieb die Scheiße weg hier. Okay, jetzt hat er das Haus weggepulst. Welchen Kometen. Wow. Kannst du nochmal einen Black Watch für die Mitte bringen? Ich habe gerade Dings gehabt, der Flak 38 ist dann irgendwo. Ja, warte, die hau ich gleich mit Crumble, hau bitte weg. Die schießt alle meine Infanteristen ab, die ich... Die steht da, ne? Ja, ich hab's nicht genau gesehen. Ja, ist down. Ja, ein Mann zu sagen. Jack ist down. Ne, ist down. Oh, Mann. Gut, dann kannst du nächstes Mal hier entschießen. Hier ist ein Heavy-MG. Ja, ich schneide erstmal die G da ab. Auch down. Sehr gut. Oh, jetzt können wir rein. Links noch ein MG. Ja, mein Crusader ist repariert, warte, ich holze es weg. Mindestens ein Mann, dann kann ich aufstehen und... Ja, ist down. Ja, ist down. So, jetzt flamen wir nochmal in die Mitte oder sowas. Das ist alles versorgen. Oh Gott, ey. Das wird ja alles versorgen. Ja. Vielleicht kann ich mit dem Crusader dann gleich noch ein bisschen... Ah, das ist der dumme Pack 40. Ne, ein bisschen austricksen. Oh, jetzt laufen wir ein bisschen mehr rein mit Infanterie. Ich hab doch hier Infanterie, komm doch irgendwo. Endlich. Nicht so weit, nicht so weit. Hier ist in allem Schützengraben drin, und da hinten sind Haufen, Leute. Da kommt der MG jetzt, ich stehe erstmal gleich ab. Boah, hab ich's eher da doch so wie auf das Loch, da robbt ein Panzerschreck ran. Da vorne. Jetzt mach ich den. Sniper-noobs. Oh, jetzt passt alles klar. Da oben auf dem Dings ist mal einer. Schauen. Oh, jetzt rein, ich komm auch nochmal mit Milizia. Ich schieb Milizen vor ohne Ende. Ja, sind alle. Alles was geht mit Granaten. Oh, du weißt zu sein, du will. Oh, du weißt ja. Oh, du weißt doch, du weißt doch, du weißt das, du weißt. Nein, du weißt ja. Dann machen wir noch ein schweres MG. Wiß doch schön. Grumble-Hauptzen. Ich bin immer dem Tempo entmann, warte. Da drauf gleich Crocodile Tulip können wir holen Ich bringe lieber einen Normandflamer, der Crocodile wäre jetzt nicht immer so doll Da hinten kommt ein Panther Ich kann nicht sehen Eert vor Oh meine Oh Mann ey, was da alles ist Ich hole mal einen Tulip, glaube ich Wir haben nur noch einen Puck 40 bei mir rechts irgendwo Das ist nicht schlimm Boah, da kommen Haufen Leute Oh, hinlegen Oh, ey Die ganzen scheiß MGs und der ganze Dreck überall Wird er nicht eingenommen, oder wat? Der Panther kommt da hin Oh Mann Gleich kriege ich ihn mit dem Kometen oder so Wenn er nicht aufpasst War der nicht so viel in die Mitte Bolster? Da kriegen ja welche von mir Ja Scheiß Heavy MG noch Ja 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 Lauf Oh Hier vorne ist er, ne? Der Typ da Schießen halt Oh, leh der mit... Schießt er... Wieso schießt er denn nicht mal an? Alter Die Ems, die fahren einfach so durch jetzt Klare Freude Er ist down Sind Sie sicher? Ich glaub ja Ich glaub ja Ich glaub ja Oder? Ja, da schießen wir mal drauf So, ich bring auch noch mal einen 2-up Jetzt wird er Okay Boah, viel zu weit geschossen, ey Er hat Lin Fish Wir müssen aufpassen Wir müssen aufpassen Oh, Infanterie, neue Milizien Oh Mann Ich... Centurion Ich hab schon wirklich meine Peer verloren Ich versteh jetzt nicht Du wolltest da hinten nochmal, wo die Infanterie, wo du gerade mit dem Slider... Da... Vorsicht nochmal... Dings... Guckt ein Panther rauf Schieß braun Ja... Oh, ich kann in die Mitte neutralisieren Ich glaub der Panther ist vorher weggefahren, aber gut Okay, er hat meinen Sniper Guckt ein Milizier in die Mitte Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen für rechts abzweigen Ich hab keine Heldenprobleme mehr Okay Ichiiig Boah... Wollen wir Artillerie? Nee, keine Artillerie Ja, das ist.. Artillerie ist such Boah, die sind ein 2-up 2 Hart Boah, ich mein, Flame oder sowas, für die Hüfte da noch ein bisschen mehr. Ja, da kommst du doch gar nicht ran bis dahin. Der wird auch abgeknallt vorher. Boah, jetzt ist der Panther noch. Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, ey, ich hab auch so eine Infanterie mehr hier, fast rechts. Wenn ich mal Zenturion bringe, und... 400 Punkten. Boah, ich hab so viel Scheißzeug, aber ein richtiges, ey. Neutralisieren. Was ist denn da alles, ey? Eine Landmatratze bringen? Könntest du nicht... Irgendwann eine Landmatratze. Keine Artillerie. Ja, ich hab benutzte... Also ich kann nicht mehr viel Infanterie holen. Oh, wo ist da hinten noch so ein schwuler MG-Schütze, ey? Infanterie wird weggesnipet von ihm. Ja, ja, ja. Da ist ja so ein Bauer. Ich kann doch nicht richtig agieren, wenn der da steht. Die haben sich da jetzt reingezogen. Fangen wir nochmal an Flamer. Wo ist der denn? Da ist er drin. In 5-5-mal neutralisiert. Okay. Mal gucken, ob ich den hier links reißen kann. Hinten ist der Puck 40. Wo ist der Puck jetzt? Der hat mit dem Tulip weg. Feuer, jetzt! Schieb... Ich glaube, er will meinen... Ne, ja. Oder, ne, das war ein Platt vom K. Er kriegt auch nichts hin. Er kriegt auch nichts hin. Jawohl. Wir tun das! Ein paar Sandsäcke... Das wäre es eigentlich, ne? Ich brauche hier mal einen Haftrick oder was. So eine beschissene Flacke, ey. Ist echt... Irgend so ein hässlicher Sniper, aber... Der war da alles rum, nicht in... Oh, oh Gott, ey. Hast du einen Landmatches? Ich kann 150 Punkten Zenturion bringen. Und das werde ich auch machen. Alles beschissen hier. 100, wie gesagt, 150 Punkte. Oh, ja. In... Ist ja nicht raus, die Sandsäcke, ey. Ist echt zu krissen. 80 Punkte. Da muss ich aber noch ein paar verlieren, hier. Alter! Ich muss doch zum Kotzen, ey. Was ist denn das? Er ist mal da oben auf das Haus rauf, hier. Verdammt sollt ihr sein! Feier schon, Vater! Ja! Attacke! Doch. Zwei habe ich mit dem Puma. Und Puma hat keine Chance gegen mich. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Sandsäcke geholt habe, in der Sandsäcke. Oh, so eine leichte Scheiße, da hinten nur rumgammeln, ey. Das ist echt zu krissen. Ich sehe hier auch nichts von diesen Typen, ey. Da hinten ist dieser Dämmchen, 40. Jawohl, Engine Damage. Oh, getrackt, Alter. Alter, der Pack 40 hängt da letzten Ass da hinten. Ich hab den Puma, ich hab den, den Panda. Da, Alter, da ist der Pack 40. Panda ist down. Ist down, Gru, der nur so ein Vorrücken, ey. Holst du einen Crusader? Da, schieß mal auf diesen Scheiß. Verliere ich meinen Kometen. Wo steht er, wo steht er noch? Ping noch mal. Da. Da, ich sehe. Oh, Tank Crew, halt drauf, Dach, B. Jawohl, sehr gut. Oh, natürlich nicht getroffen. Oh, ich muss jetzt irgendwie mal Infantriebe, ey. Boah, was liegt denn da? So, oben im G-Schütze und so Mist. Mein Kometen fällt down. Aber ich kriege, äh, 1090 Punkte. Ja, hol mal einen Crusader für die Mitte. Pack lebt immer noch, ey, ja. Jetzt ist er down, okay, ich komme in den Crusader, bitte. Und Flamer, besser. Kann ich den noch reparieren hier? Okay, mein Kometen kann ihn noch reparieren. Gut, ich komme, ich komme. Oh, da liegt der, da ist der G-Schütze noch. Ich schieße hier drauf. Hast du Infantriemittel? Mein Crusader jetzt. Und der Puma, warte mal. Oh, fuck. Ja, schieße ihn ab. Pass auf, ich schieße nach rechts. Ich gucke rechts auf den Puma. Oh, er hasst ihn. Oh, jawohl. Sehr gut. Alter. So, jetzt. Ich bin jetzt in der Mitte, alle dreien. Ich schieße oben erst mal in den G-Schütze. Ich glaube, er hat irgendwie T geworfen, die ist sauer, sowas. Der repariert die G da, halt das drauf. Na, da ist ein Tiger, pass auf. Ja. Der Wetttiger schießt so schnell. Ah, der wieder genial. Oh, er ist trotzdem angreifend. Hau noch so viele weg, wie du kannst, bevor der Crusader down geht. Mann, schieße ihn doch ab, da. Voll jodig. So, jetzt kannst du meinen Punkt parallel auch noch mit an... Da kriegen sie alle. Schieße. Schieße. Wo seid ihr da? Kommt hier lang. Ich bin gleich mit einem Panzerstreck oder sowas. Yes, sir. Hol das da raus. Hilf! Er kann auch einen Kumpel. Ihr war all, nur Kumpel. Nur Kumpel, ey. Mann, fast hätte ich ihn gehabt. Habt. Da ist noch ein Panther bei mir. Fast hätte ich ihn gehabt, ey. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Oh, hier haben wir ein paar Sandsäcke hin, ey. Oh, er klemmt... Er ist... Ey, den Clamer kann ich nicht direkt steuern, ey. Es geht nicht. Er klemmt an jedem Kreis, ey. Das ist die Pferlin. Centurion. Kann er ihn holen, ey. Ich zum Kotzen. Yes, sir. Das ist der Scheiß-Fett-Tiger, ey. Okay. Oh, er hat gesessen. Das? Der Sprag, der Panther hier. Okay. Hör auf, Junge. Du wirst dein Fett an. Oh, ey. Was ist, sir? Werde ich voll gesessen? Okay, lol. Ich hab ihm den Krummel geschossen. Sehr gut. Jetzt, wenn du den Tiger hier links auch in den Krummel abschießt, dann bin ich glücklich. Oh, ich kann's zu werden. Oh, ich bin ein AC-T-Capt. Alter, ich... Wie kostet denn der? Ich weiß nicht. Oh, ich muss nur einen Infark... Ich kann... In Centurion. Ich hab gerade einen verloren. Gut. Wollte ich packen. Wenn du mal ein bisschen Support von mir kannst, dann noch mal. Ich hab gerade so viel Infanterie da. Oh, ey. Die P-Hit, ey. Hier die P-Hit auf. Sehr gut. Oh, der hat den Nenny wieder bemannt, hier. Der G. Okay. Okay. Der wird eingenommen. Oh, ja. Da ist ein Panzersch, oder was glaube ich ja? Alter. Er prallt an der G. ab, ey. Er muss nicht reinziehen, ey. Du schießt ja auch durch den Hügel durch, Andy. Du musst ja mal hochfahren. Ich halte direkt drauf. Naja, aber du schießt wogegen? Jetzt nicht. Krieg ich Alben hier. Ich kann 126 durchziehen. Ja, da kommt der Tiger. Jetzt hau ihn um. Ja. Wenn du irgendwie getrackt bist, oder so. Und aus. So, jetzt Flamer oder sowas. Vielleicht kann ich die Decken wegspringen. Okay, der Tier kommt wieder. Oh, mal. Oh Gott. Pass auf. Naja. Wird Haus dann irgendwie abschießen, oder so? Habe ich schon versucht. Haben wir uns noch ein Radio aufholen, oder? Ne. Oh, hock dich dahinter, ey. Du musst den Tiger abschießen. Den kann ich mit allem Reihenweg noch haben. Ja. Jeder hat mir jetzt zum Rein. Er muss mit dem Wittchen irgendwann rauskommen. Boah, ich falle mit dem Tulip rein. Jetzt kommt er. Oh, irgendwie wieder irgendwo gegengeschossen. Okay. Musst du mich nur mit der Infanterie decken, weil wir haben hier gerade ein Loch. Ja, okay. Mein rechter Punkt wird eingenommen. Ich kann keine Infanterie mehr. Ja, ich schicke was hin. Ja, ich schicke was hin. Oh, was macht der hier da? Scheiße. Hier zu doll hier. Loil, warte mal. N, der dreht sich um. Schickst du ein bisschen was hin hier zum Beispiel? Ja, komm, 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 komm. Oh, die Kommandos hinterher. Ja, ich schicke was hin. Ich schicke mein schweres MG-Stecken auf, ne? Schieß ihn. Lädt ja nicht nach hier. Da oben drauf. Ey, schieß mal Kromel, haupt jetzt immer. Einfach direkt Feuer in da oben hin, ne? Ich schicke mein Signal. Was, wo? Da oben muss das Gebäude rauf. Oh, oh, Alter. Die kommen so hoch. Schieß gegen das Gebäude gegen. Da kommt ein Sturmtiger. Ein Sturmtiger. Loil. Wo? So, jetzt vorwärts. Jetzt, zwei Minuten nachzuladen. Panterschrecks aufpassen oder so, lauf mal. Bisschen vor. Vielleicht können wir seinen Punkt mit einnehmen. Ja, hier ist überall, sind sie. Hallo? Oh, der fragt sich ein bisschen vor. Ab, Alter, Alter. Einfach lächeln. Jetzt zweiten Schuss. Ey, ihr schießt. Alter, du lächelst. Die, der Main Gun Tourist. Und jetzt ist mal down. Jetzt kommst du rein. Ich komm gleich mit dem Halftrack. So, das wird wieder eingenommen. Oh. Ja, ich kenne, die sind alle down hier. Oh, sie schießt mir im G. Ich kenne, ich kenne die Infra-Finger. SMG. E. E. Es ist nur eine Frage, dass du bist mein Sturmteam. Loil. So, vorwärts, hier. Wieder noch so ein Mg. Jetzt kommt der Sturmtiger. Loil. Punkt wieder? Ja. Oh, du nimmst den, du nimmst deinen Punkt ein. Ich schicke alles in die Mitte. Aber jetzt brauche ich ein Fahrzeug, ein Halftrack. Wen ist nur ein Halftrack. Mehr will ich doch gar nicht. Aber die Mg-Schützen, ey. Ja, ich weiß, wie viele Punkte die haben. Aber ich brauche auch nicht mehr. Ich komme doch schon mit allem. Einmal, was ich habe. Und noch mehr. Fünf Punkte und dann habe ich noch einen Halftrack dazu. Alter. Ey, der trifft nicht mit HE, Alter. Das ist unglaublich, Alter. Das ist un... Oh, der ist so lost. Kommt er wahrscheinlich gleich mit seinem Tiger um die Ecke und dann schießt mich mit dem ersten Schuss ab, ey. Wo bleibt denn dieser Halftrack? Oh, na endlich. Schick mal Warte in die Mitte. Loil. Also ein Puma. Puma da hinten. Mein Kometen ready. Hier ist ja noch irgendwo ein Typ drinne. Dahinter ist er. Oh, ist alles voll hier. Ich habe ein Thunder-Track. So, jetzt hier irgendwas rein hier im Mitte. Okay, das war's. Puh. Puh.